Und damit hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Worms Revolution. Ich bin hier heute alleine am Start. Nein Spaß, der Yugi ist mit dabei. Hallo. Der ewige Letzte. Hey, nicht immer. Wo ist denn jetzt? Geht auch. Ja, ich zweimal habe sie gewonnen. Der bewegt sich nicht. Was macht der? Du musst mich verarschen. Hallo, beweg dich. Wie er da hinterher gekrochen kommt, ne? Ich habe ab. Mal sehen, achso, wir spielen jetzt auf Fortgeschritten. Weil wir ja so eine Profis sind. Wir haben vor die Cracks. Hey, auf Crack anstatt. Alter. Schon wieder so eine... Gro... Na los. Du liebst diese Seile, hä? Ja, die sind voll geil. Die sind voll geil. Fuh. Mr. Seilman. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ein Burner. Alter. Triff's. Triff's. Er triff's. Er drückt. Und nochmal eine Seite gemacht. Hm. Yes, sir. Yes, sir. I can boogie. Was ist das hier? Was hat er jetzt vor? Los! Hä? Ich bin irgendwie... Wie geht das weg jetzt? Scheiße, es geht nicht. Hm, keine Ahnung. Inventar öffnen und anderes Item equippen. Vater. Ach, shit. Oh, den Feuer! Da hätt's auch eher reinlaufen können. Äh, Mann, ey. Ja, nee. Halt, stopp. Ja, das funktioniert alles nicht so, wie ich das will. Was macht man da unten? Oh, nicht so ein Ausdruck hier. Hier gucken Kinder zu. Ach, Mann. Ach, Mann. Äh. Ja, genau. Nein! Mist, der trifft nicht. Wieder nicht getroffen. Drei. Drei Schaden. Yeah. Die Clustergranate ist echt die geilste Granate, die es gibt. Die ist voll mega kacke, glaube ich. Deswegen benutzt sie auch keiner, Yugi. Aber ich will. Warte mal. Eine Waffe, die ich noch nie ausbenutzt habe. Ratatatatatam, Alter. Aha, so machst du das also. Just you wait. Hm. Irgendwie ist die Uzi voll geil. Die benutze ich gleich nochmal. Bop, 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 bop. Der ist da unten. Ratatatatam. Los, spring. Spring auf die Kiste, dann kriegst du keinen Fallschaden. Eww. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Brennade. Tschüss. Ja, ein bisschen getroffen. Ach. 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 So, Alter. Hier, warte mal. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Ich hab mich ja noch... Mann, die du Oma schaffst doch nicht hoch zu alt dafür. Äh, was haben wir denn hier? Super, die Oma. Wer bist denn du? 5, 4, 3, 2, BÄM. Ja, der kommt zurück. Und nach unten. Wo will der hin? Ach, scheiße. Damit hätte ich mich da durchbrüllen können. Ich dachte, man kann den... Ja, okay. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Hä, Juggi. Das ist scheiße, wenn man nicht weiß, was sie können, ne? Ja. Gib dir einen Tipp. Stell dich ganz nah an den Fisch und schieß zweimal drauf. Meinst du dein Plan? Nein, du solltest mit der Shotgun drauf. Nein, ich wollte dich aber... Was machst du bei mir? Geh weg! Ja, ich wollte dich mal besuchen kommen. Oh, scheiße. Und mich bedanken für die wunderbare Kerze. Ja. Ach, ja, so. Ach, scheiße. Hab ich nicht mehr in Eige alt. Cooles Schaf hast du noch. Oh, mein Gott. Ich glaube, so ein Spielzeug hat man vielleicht auch noch, oder? Hm. Was macht er jetzt? Äh... Ja, ich mach was. Ja, doch nicht da lang! Er leckt mich doch am Arsch. Wieder falsch. Der meint hier. Weißt du was? Ich mag dich hier. Wow. Das hat mich voll gebrochen. Aber immerhin hat's gereicht. Ja, ich wollte dich eigentlich noch wegschlagen, aber... Hm. Ah, da war ein Felsfurstfunk im Weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich muss noch ein Kistchen. Ah, da oben. Komm, runtergefallen. Nein. Ja, toll. Und der ist auch noch dran. Ja. Ah, ja. Ich darf doch vielleicht auch mal Glück haben. Hä? Hä? Ja, aber was bringen dir die Kisten, ey? Da ist ja eh nichts Gutes drin. Oh, was ist das hier nochmal? Mit Tap kannst... Nein. Du triffst nicht. Mit Tap... Falsche Richtung! Ja. Oh Mann. Du hättest wechseln müssen die Richtung. Mit Tap. Ja, mit Tap. Mit Tap. Also bei mir mit Kuh. Ach, scheiß Dreck. Hier, guck mal. Ich demonstriere das mal. Ja, mach mal. Also... Ja, guck, jetzt siehst du, wie schön sich der Pfeil bewegt. Ah, 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 okay, 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 okay. Dann kommt er aus rechts, links. So sieht das aus. Sehr schön. Jetzt hast du noch Zeit. Ja, ich hab noch Zeit. Zehn. Ich stehe so ungünstig. Das tust du in der Tat. Nein, bleib doch da unten drin. Komm. Was? Nein! Ähm, da... Er sollte die nicht werfen, der Trotto. Ich eliminier mich echt immer nur selber, ey. Ja. Das ist voll Panne. Eine Kiste. Schuuh. Das war ein bisschen toll. Ach, komm. Das war geplant. Wollt ihr eine Chance geben. Definitiv. Ah, du bist ein netter Kerl. Okay. So, was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier? Kann er das nicht gebrauchen. Äh, wait. Äh. Ah. Ah, ah. Was war das jetzt wieder? Du hast gegen die Antenne vom Handy geschossen. Ach, da war eine Antenne. Ach so, ja, die hab ich nicht gesehen. Schön. Oh, Mann. So, mal sehen. Ne, das ist nicht gut. Ähm. Ey, wie kann man denn jetzt hier abwerfen? So. Ja, es geht normalerweise auch irgendwie. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß eh nichts. Na ja, ich wollte dich ja auch noch mal besuchen. So. So. Wie ist das mit dir? Äh. Die falsche... Alter, da rennen wir in die falsche Richtung. Egal. Nehmen wir den. Sollte eigentlich... Remember me. Ja. Erlebt die Erlehrung. Du Jogi. Kannst du euch schon mal nennen? Nee, die schafft das da nicht rüber. Doch, die schafft das doch rüber. Ah, guck mal hier. Ja. Du kannst auch was abhaben. Bleib da. Bleib, bleib, sitz. Au. Boah, dass er nicht ins Loch gefallen ist. So, so. Es kommt aber mal mit raus. Hm, was haben wir denn sonst noch so? Ja. Ja. Komm mal. Ich hätt jetzt gelacht, wenn du daneben geschossen hast. So, dann ist der jetzt weg. Ach. Na, was? Ah, guck mal, Jogi. Das hab ich auch. Was? Den oder den. Hm? Oder hm? Busch oder Bike? Kennst du die Werbung? Was? Busch oder Bike? Ja. Bemi? Ich würde sagen, du nimmst die Kiste da oben. Die ist schön. Ah, komm. Der kommt nicht so weit. Äh, kommt da nicht. Der kommt nicht so weit. Äh, schade. Aber der nächste kommt. Tief durch andern. Busch oder Bike? Bemi oder Kelly? Warum mal nicht oder? Mit Frohleck bekommen Hunde alles. Näh. Was? Busch oder Bike? Mit Frohleck bekommen Hunde alles? Was? Ja, Frohleck. Weißt du, was Frohleck ist? Ich kenne Frohleck. Ja, oder Frohleck und das Hundefutter. Ja, das kenne ich. Und warum? Ja, egal. Ja, egal. Hat sich mal von denen verabschieden. Tschüss. Von Miles. Wie die da immer so doof stehen? Die Trottel. Der Trottel namens Yuki stellt dir so doof immer hin. Ja. So, der da unten ist dran. Tja, was mach ich denn? Ach du shit. Trevenet, Trevenet, Hammernet, Passtnet. Das geht nicht. Will er nicht. Das geht doch auch nicht. Ey, wie der lenkt der denn damit? Ich verstehe das nicht. Oh, hier. Pedigree. Pedigree, Passt. Er trifft, ich wette. Nö. Wow. Da oben sind auch so viele Würmer. Das gibt's doch nicht. Ich treff gar nichts. Ach, Yuki. Das ist mal voll die Nullnummer alles. Das ist mal... Nee. Gibt's nicht. Wo hast du denn die Holi her? Wo hast du die her? Weiß ich nicht. Aus der Kiste wahrscheinlich, ne? Die war auf einmal da. Das gibt der Platten und der Nächste. Ich treff dich eh nicht da hinten. Egal wie. Hm. Und er trifft natürlich wieder. Natürlich. War ja klar. Kann ja gar nicht anders sein. Tschüss. Ich, egal. Ich probier's nochmal mit nem Schuss. Oder nem Wurf. Oder irgend... Mit nem Schuss. Ja, nimmer nen Schuss. Oh, da ist eine Herzkiste. Ja, die mir noch was bringt. Probier mal das mal. Aber ich's mitten im Wasser. Egal. Tschüss. Tschüss. Blub, blub. Ja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Oh, da unten ist noch was für dich. Kannst du dir holen. Mal sehen, was das ist. Lol. Beeil dich mal. Ihr trinkt da oben. Hau rein. Alter, der trinkt doch. Mike hat Scheiße gebaut. Klar, find ich auch. Sieht gut aus. Was ist das jetzt? Das hätte glatt ich sein können. So. Ach. Sag mal hier, wie könnte ich dich denn hier mal belangen? Wenn ich jetzt schieße, dann schießt er doch wieder. Das tust doch nicht. Wieso macht er das nicht damit? Das geht nicht. Das ist die Lenkrakete. Ja, aber... Ich kann nicht lenken. Doch, du musst erst das Kreuz... Kreuz, ja. Und jetzt kannst du lenken. Er wird sie leern. Alter. Das ist... Was ein Quatsch. Jetzt hat er noch zwei. Dann hätte er doch wenigstens erledigen können. Warum hab ich das an? Hier hab ich schon... Ach, weißt du was? Hier, komm mal da oben runter. Ich mag dich da oben nicht. Möchtest du kuscheln oder was? Mit Wasser. Oh, das hat nicht gereicht. Brrrr. Nee, das hat nicht gereicht. Ich schwöre für mich. So. Ähm. Das fliegt doch da runter. Nein! Oh, Mann. Nicht da hin! Hi, Jungs. Na, wie geht's euch? Ja, sehr gut. Ihr seid echt ein lustiges Paar. So, mal sehen, was haben wir denn hier. Guck mal. Du hast wieder genug Stuff zum Scheiße bauen, hä? Guck mal einer an. Ja, der brennt sich dadurch. Gehst du hin? Du hast keine Zeit mehr. Ja, aber ich wollte die Münzen nicht gönnen. Die Münzen nicht. Hm. So. Alter, flieg doch nicht da rein! Oh, Mann. Alter. Ich gehst nicht. Zwei mal den selben Sehler. Spring doch! So ein Quatsch. Grenade! Ich weiß nicht, wie man die Dinger einstellt. Das ist das Problem. Mit Tappen! Das geht nicht! Ach, egal. Geht schon. Aber ich weiß nicht. Weil du bei der liebsten Belegung geändert hast. Ich weiß nicht, wie man die Dinger ist. Hier ist kalt, sehe ich. Ode. Tschüss. Zwei Leben. Ey, mach mal mal nicht lachen. Nacht, ne? Zwei, zwei. Ja, renn mal ins Feuer. Los! Ach. Kann man dich entführen, oder was? Ach, jetzt benutzt du auch das UFO. Ja, geht nicht. Das wird dich treffen. Was auch immer das war. Schön! Ja, wir haben ja hier nicht genug Wasser. Ach, Yogi. Tschüss. Oh, warte mal. Wir haben ja zehn Münzen mal sehen. Was können wir denn hier? Hey. Zum Abschluss lassen wir dann nochmal richtig krachen, ne? Ist mir unbegreiflich, wie Feuer im Wasser Schaden machen kann, aber... Es funktioniert. Ja. So, tschüss, Yogi. Tschüss! Man sieht sich... ...im nächsten Leben. Vielleicht. Jo, das war's mal wieder. Ich hab wieder erfolgreich nichts geschafft. Er hat wieder erfolgreich verloren. Genau. Die Erfolge liegen im Losen. Da bin ich richtig gut drin. Ich sag mal mal. Och, da... Und damit bärst du dann auch die Aufnahmesession. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.